Das nächste Mal, das ist heute in einer Woche am Donnerstag, dem 28. November um 19.30 Uhr bei uns bei S3. Wir zeigen Karl Zugmeiers Drama Das kalte Licht. Liebe Zuschauer, und nun möchten wir Sie zu einem Atelierbesuch bei dem Bildhauer Hittum Gruber einladen. Anche Valiers Film zeigt den Künstler bei der Arbeit und lässt ihn erzählen über sich, seine Einstellung zu seiner Kunst und deren Situation in unserer Zeit. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018